Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Stark gemacht, das könnte etwas werden. Sobotta! Da fällt das tot! Sie sind zurück im Spiel. Norddeutscher Rundfunk 2021 Sie trainieren viel mit dem Ball und das sieht man jetzt die Möglichkeit an Raphael. Und jetzt liegen sie hier vorne. Das macht er gut. Kordova. Den spielt er gut und jetzt wird Kordova. Da passt der Klasse auf. Und nun ein Schuss. Da kommt der Pass, aber der Verteidiger ist da. Die Gelegenheit. Er schießt. Und jetzt die Chance. Da kommt der Klasse. Vielen Dank.